Steht bei dir mein Casinoviertel schon? Ich bin schon wieder raus, aber ich bin schon zwar nicht da. Ach, da müsste auch noch eine Bushaltestelle hin. Wie viele Leute fahren mit dem Zug zur Zeit? 742 Meter pro Tor. Jetzt wird der Strom langsam knapp. Ah, 742 Meter? Mhm. Ach so, hab ich gar nicht. Ja, ich hab glaube ich Schiff. So, beim Schiff habe ich bei mir 24.000. Schiff. Naja, vielleicht wollte ich ja gerne mit dem Schiff fahren, aber... Oh, ein Schiff rein in SimCity schon. So, Wasser versorgen. Ich bin wieder so ein verlass... Ach du Kacke. 43 verlassene Gebäude. Danke. Viel Spaß beim Abreißen. Und das wäre noch nicht mehr erforderlich. Das ist ganz einfach. Da ist gar nicht mehr hinterher hier. Steuern. 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 Da verfällt das Haus gleich so... ...dass keiner mehr benutzen kann. So sind die Reichen. Und wir lassen nur... ...trümmer hinter sich. Die Schoßen noch knallen. Wer abknallt. Das ist mal der Abrissbagger. Nicht so. An der Abrissbagger. Es geht schon deutlich. ...dass ich... ...dass ich. ...dass ich. ...dass ich. Oh, kann man ja nicht erinnern. Ihr habt es ja so gewollt. So, und jetzt baut ihr auch schön wieder Häuser dort auf. Reißt sie nicht ab. 15.000 Einwohner. Schon wieder drei verläsene Gebäude. Ne, ne, ne. Wenn ihr euch nicht zugehabt. Und ich mach schon wieder Minus. Was soll denn der Cut? Wo gebe ich denn so viel aus? Ach komm, dann gehen wir halt auf 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aber ich weh jetzt. Ich scherze schon noch. Noch war da kein Schneegrunner weh. Bin doch noch bei 6000 plus. Mülleinsauern auch so viel? Was hab ich denn hier bei Mülleinsauern? Das gibt's doch nicht. Hör doch mal auf, um die Häuser zu verlassen. Die bauen die Häuser öffnen, ne. Kaum sind die aufgebaut, sind die schon mal verfallen. Sie sind in den Bauern, man müsste doch verflachen. Ne, ich denk mal, das kommt davon, dass du zu teure Grundstückspreise hast. Ich denk mal, dass du so parkst mit Stufe 3, oder? Ja. Ja, das kannst du nicht machen. Du musst erst 1, dann 2 und dann 3 machen. Und das ist dann irgendwie zu teuer. Grundstückspreise ist hier auf 2. Ja, das ist ja wahrscheinlich schon zu teuer. Hier auf 3. Ja trotzdem, was sind das für eine Firma, die die Häuser bauen? Zack, wir bauen das Haus auf, die Leute ziehen ein. Oh, mir ist es hier zu teuer. Zack, raus, abreißen. Ja, so läuft's. Die Nachwieder sollen keinen Spaß haben. Das Haus muss abgerissen werden. Lass alles zerstören. Oh, mein Fabrikgebäude abreißen. Nicht wegen Steuern. So, jetzt den letzten Kredit zurückgezahlt. Ja, ich bin schuldenfrei. Gut, schon. Was will die Polizei denn jetzt schon mehr? Eigentlich nennt die Polizei für ihre Chef die Arbeit nicht. Das ist doch noch ein Polizeirevier ausstellen. Hast mal Baume an. Oh, ich guck mal, wer beim Gerost vorbei ist. Oh, schon 40.000 Küsten. Wie, warst du eigentlich schon Legierung, oder? Ich hab's angeordert. Oh, ist doch nichts angekommen. Musst du dann auf den grünen Button da unten drücken, also auf den Anknopf, ne? Hab ich. Ja? Oh, wieder aus. Geht schon wieder aus. Geht schon wieder aus. Musst du ein paar Mal draufdrücken. Guck mal, wir haben hier ein Lager vorbei. Ob sich da was ansammelt. Also, ein bisschen die Gierung ist da, die ist auch gerade weg. Dann gehen wir auf das Großprojekt unten. Vielleicht sind die auch noch im Stau. Großprojekt, und dann schalte ich mal der Handelskotten. Ne, geht gar nicht. So, da. Ah, meine Legierung vorn gerade. Sehen wir, wie weit sie kommen. Dann Pascal, wobei. Über den Fluss drüber. Dann mal eine andere Stadt vorbei. Dann stechen wir jetzt vom... Dings. Genau, da geht's nicht weiter. Können wir gleich mal gucken, wo die Leute alle hingehen. Ich verstehe nicht, warum das nicht weitergeht. Ich verstehe nicht, warum das nicht weitergeht. Von dir fahren Busse zu mir rüber. Ja? Mhm. Und ich schiebe Scheiße zu dir rüber. Ich tu die mal in alle verkaufen hier in der Gegend. Brauche ich das denn selber machen? Müllwagen schiebst du mir neun Stück. Ja, läuft. Ja, warum nicht? Feuerwehr schiebst du mir... ...zwei. Anbrang mach ich selber. Feuerwehr schiebst du mir. Feuerwehr schiebst du mir. Ich muss mir mit dieser Arbeitnehmerkarte und können. Da gehen ne Peile. Wo die hingehen. Woher die Ladenbesuche kommen. Wo?